Also ich bin schon jemand, ich kann das gut haben, auch meine Zeit alleine zu sein. Manchmal mache ich das auch bewusst, dass ich so ein bisschen so eine Zeit brauche für mich selbst. Einsam höchstens, also manchmal, wenn ich mal länger unterwegs bin und auch alleine unterwegs bin, also manchmal bin ich dann ja auch mit anderen Leuten zusammen irgendwie auf Tour, wenn ich alleine unterwegs bin und dann irgendwie vielleicht abends im Hotelzimmer sitze oder so, dann denke ich schon, wäre es schon schöner, irgendwie jetzt Freunde dabei zu haben oder so. Das ist aber eher selten, würde ich sagen, wenn ich das eigentlich schon mag, unterwegs zu sein. Einsam fühle ich mich nicht so super oft, ehrlich gesagt.